Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Kann uns Abhängigkeit frei machen, wie es nämlich eine japanische Psychologie behauptet? Das ist ein Versuch, das Konzept Amae von Takeo Dui zu verstehen. Die Antwort kommt wie immer in mehreren Schritten. Schritt 0 ist erstmal eine Vorbemerkung, nämlich meine Antwort ist nur der Versuch einer Rekonstruktion des japanischen Begriffs Amae. Sie stützt sich auf die Schrift Amae, Freiheit in Geborgenheit, zur Struktur japanischer Psyche, geschrieben vom japanischen Psychoanalytiker Takeo Dui. Und in diesem Buch gibt es ein wichtiges Vorwort des Schweizer Philosophen und Japan-Experten Elmar Holenstein. Das ist meine Expertise, sonst habe ich natürlich keine. Schritt 1 sind jetzt einfach mal Übersetzungen des japanischen Begriffs Amae. Amae bedeutet den historisch schon sehr alten Wunsch in Japan nach Anlehnung, nach Verschmelzung, nach Einheit, sogar nach Abhängigkeit. Psychoanalytisch wird es heute gedeutet als die Erfahrung der Einheit mit der Mutter in der allerfrühsten Kindheit und die Erfahrung bedingungsloser Liebe. Zitate aus dem Buch. Wahre menschliche Beziehung, die auf der wechselseitigen Anerkennung des Bedürfnisses nach Milde und Nachsicht beruhen würde. Also eine solche Beziehung wird dort geheileitet. Das Ideal der Japaner im Allgemeinen ist die Form von Beziehungen, in denen es das Einssein gibt. Und Amae ist der Versuch, den Schmerz des Getrenntseins zu mildern. Die Untrennbarkeit von Subjekt und Objekt, des Selbst und der Anderen. Es ist Sehnsucht nach der Identität von Subjekt und Objekt. Das sind einige Übersetzungsmöglichkeiten des Begriffs Amae. Doei führt das weiter, die japanische Ästhetik. Schönheit bedeutet in Japan, dass derjenige, der sich an der Schönheit eines Objekts erfreut, denken wir an die wunderschönen Vasen zum Beispiel, dass er durch diese Erfahrung eins mit dem Objekt wird. Also hier auch eine Verschmelzung von Subjekt und Objekt. Die japanische Religion, da schreibt er, mir scheint, dass man zum Beispiel die Zen-Satori, also die Erleuchtung beim Zen-Buddhismus und der Meditation, als eine positive Einstellung zu Amae interpretieren kann, eben zu dem Verschmelzen. Und die japanische Philosophie, dass die Nishida-Philosophie mit ihrer Betonung der reinen Erfahrung, in der Subjekt und Objekt miteinander verschmelzen, letzten Endes in der japanischen Erfahrung wurzelte. Also auch hier eine Nähe zu Amae. Zwischen Fazit, in der japanischen Kultur scheint der Wunsch nach Anlehnung, nach Einheit und Verschmelzung a. positiver gesehen zu werden und b. den Menschen selbstverständlich erlaubt zu sein. Frage, weshalb gibt es in den europäischen Sprachen keine einfache Übersetzung für Amae? Weil es Amae als Phänomen gar nicht gibt oder weil Amae bei uns irgendwie nicht sein darf? Schritt 2 der Antwort, Freiheit im Westen versus Freiheit in Japan. Der westliche Freiheitsbegriff, Doei schreibt dazu, dass im Westen mit seiner Betonung individueller Freiheit die Menschen immer auf die Form von emotionaler Abhängigkeit, die in Amae verkörpert ist, herabgesehen haben. Das ist also auch eine koloniale Geste, wie wir auf die Psyche einer anderen Kultur hinabschauen. Aber wir können ergänzen, auch innerhalb von uns selbst wird darauf herabgeschaut, wenn wir Abhängigkeitsbedürfnisse haben. Im Westen wurde die individuelle Freiheit für den modernen Europäer zu einem Glaubensartikel. Als eine Art säkularisierter Religion haben Individualismus und Liberalismus sich bis zum heutigen Tag erhalten. Das ist eine japanische Sicht auf unsere. Bei der japanische Freiheitsbegriff demgegenüber, die Freiheit zu Amae ruhen, das ist also das Verb jetzt, das heißt, sich so zu benehmen, wie man gerade Lust hat, nie bedeutete diese Freiheit Freiheit von Amae. Das ist also nie die Freiheit von Abhängigkeit. Dass die Freiheit des Individuums für die Japaner etwas sehr Zartes ist, das mit dem Etikett Vorsicht zerbrechlich versehen werden muss. Halten wir fest, im Westen gibt es Freiheit durch Überwindung von Abhängigkeit. Das ist ein aktives Sicht, die Freiheit nehmen. In Japan heißt Freiheit eher in der Geborgenheit und es ist eine positive Abhängigkeit. Freiheit wird mir zugesprochen von einem Menschen etwa, der mich bedingungslos liebt und vielleicht auch für mich entscheidet. Schritt 3 dieser Schrift ist die Aufforderung von Japan zu lernen. Hohenstein als Philosoph schreibt dazu Folgendes. Wir können den Zusammenhang zwischen Amae und Freiheit verstehen. Die Freiheit, die sich in einem Schutzraum entfaltet. Stellen wir uns das einfach vor für uns selbst. Wir sind in einem Schutzraum, dessen Sicherung nach außen von jemand anderem übernommen wird. Und daran erleben wir eine Freiheit, sie äußert sich am augenfälligsten als Entspanntheit und Sorglosigkeit. Auch das kann Freiheit bedeuten. Wer als Erwachsener über keinen Freiheitsraum verfügt, in dem ihm zum Beispiel von Lebenspartnern oder von Arbeitspartnern Entscheidungen erspart bleiben, ist überfordert. Und auch nicht mehr frei. Wir können, sagt Hohenstein, die Skepsis der Japanerinnen gegenüber dem westlichen Freiheitsbegriff nachvollziehen. JapanerInnen irritiert, Zitat, der Kult der individuellen Selbstständigkeit und Entscheidungskompetenz im Westen. Die Quelle des Selbstwertgefühls ist für JapanerInnen nicht der Erfolg, den man der eigenen Aggressivität verdankt, sondern die Erfahrung, dass man von jemand geschätzt mit all seinen Anlagen und Neigungen angenommen wird und sich bei ihm, bei solcher Nachsichtigkeit frei fühlen kann. Zur Take-home-Message. Was würde uns Takeo Doi und Elmar Hohenstein raten? Versucht mal, den westlichen Freiheitsbegriff, also die unbedingte Überwindung jeder Abhängigkeit, als ein kulturelles Ideal zu betrachten und nicht als etwas, das sich irgendwie zwangsläufig aus einer übergeordneten Vernunftlogik ergibt und dem deshalb alle anderen Kulturen folgen müssen, sonst bezeichnen wir sie als rückständig oder vormodern. Versucht mal, euch das japanische Freiheitsgefühl vorzustellen, bedingungslos von jemandem geliebt zu werden und Entscheidungen abgenommen zu bekommen. Und versucht schließlich, euch eine Welt vorzustellen, in der eure Wünsche nach Anlehnung, Einheit, Verschmelzung willkommen wären und gelobt oder sogar kultiviert würden und nicht verurteilt würden als etwas, das rückständig, regressiv ist und das ihr unbedingt überwinden müsst. Was würde sich da für euch ändern? Ich kann uns Abhängigkeit freimachen, wie eine japanische Psychologie behauptet. Ich habe euch Aspekte des Begriffs Amai versucht zu erklären und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.